Hallo und Willkommen zu einer Runde Die Sims 3 Jo! Ich habe lange nicht mehr gespielt und konnte leider am Wochenende auch nicht spielen und freue mich deswegen umso mehr, dass ich jetzt spielen muss, sozusagen, damit ihr eine Folge habt. Das ist die beste Ausrede. Jo! Ich habe überhaupt keinen Plan mehr, was Sache war, um was abgeht. Hunger, Soziales, ähm... Ich würde sagen, wir essen erstmal schlimmer. Wir können ja mal ein Abendessen machen. Margaroni mit Käse. Mal gucken, ob's klopft. Jo! Jo! Eine Woche lang nicht gespielt. Was kann ich euch denn alles erzählen? Hm... 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 Gestern war Frauentag. Und? Das werdet ihr jetzt sogar ganz aktuell erfahren, weil ich werde die Folge heute hochladen, so wie es aussieht. Ja, gestern war Frauentag. Ich habe eine DVD bekommen. Warte mal, ich kann die ja mal holen und kann ja mal gucken, wie die hieß. Dann laufe ich jetzt mal mit euch durch mein Zimmer. Die kocht ja da einmal schon. So... So... Wo ist er denn? Und zwar... Es ist irgendwas Englisch, das steht drauf. Ich weiß nicht, ob ihr den kennt. Ist ein deutscher. Also ist kein deutscher Anime, aber ist ein Anime auf Deutsch. Ist nicht schlecht. War mal anzugucken. Ich kannte den schon. Aber hab mich trotzdem gefreut. Ich hab mich gefreut, dass ich den gekriegt hab. Das ist schon cool. Jo! Wenn ich so... Ey! Jetzt weiß ich gar nicht, wo unser Essen war! Ihr habt's schon gegessen! Normal! Okay, normal ist gut. So... Komm, mach mal das und danach kannst du aufräumen. Schade, dass man sich hiervon nichts einschenken kann oder so. Okay. Cool. Das muss man ja auch mal nutzen. Das kann man eigentlich ja mal machen. Und da haben wir vielleicht ein bisschen mehr... Äh... Wachdingens. Das Wetter ist der Hammer. Das Wetter ist der Hammer. Ach, das ist schon zu. Wird sie jetzt wach da durch? Vielleicht. Sie hat Spaß. Hm, ich hab gedacht davon wird mal wach. Vielleicht das falsche getrunken. Ich probier das mal. Dass du davon wach. Das müssen wir ja mal testen, ne? Na, trink! Wir warten alle nur auf dich! Wir warten alle nur auf dich! Dafür wird's auch nicht wach. Okay, also bringt das mal nichts. Dann würd ich sagen, dann gehen wir nicht schlafen. Ach so, okay. Na, dann machen wir halt. Ja, Block-Mimisies! Sklark! Weil wir immer Moll-Fähigkeiten verbessern. Jetzt kann sie drei Stunden nicht schlafen, weil sie einen Kaffee getrunken hat. Also hat das doch irgendwie was gebracht! Hammer! Das singt aber trotzdem, ne? Wann war denn Party? Oh man, das hab ich voll verpasst! Scheiße! Mann, oh, dabei hab ich mich so auf die Party gefreut. Wir haben wieder Geld gekriegt, auch wenn ich nicht weiß wofür. Vorher haben wir auch fast alle gelöscht. Wir können aber ja wenigstens mal entspannen schonmal. Weil sie braucht dann wirklich gleich Schlaf. So. Wie lange noch? Komm! Nicht aufstehen! Drei! Zwei! Oh, jetzt ist er. Okay. Auf geht's. Ich glaub das kann man jetzt immer morgens machen. Obwohl. Aber ich weiß auch nicht. Ich glaub mit diesem Morgen müssen wir's machen. Ich glaub mit diesem Morgen müssen wir's machen. Hm. Es hört auf zu regnen. Ah ja, wunderbar. So, wenn sie wach wird, kann sie als erstes mal Toilettchen benutzen. Warum schmeißt du die Sachen? Vielleicht schmeißt die auch die Sachen einfach nicht da rein, weil sie so unordentlich ist. Kann natürlich auch sein. Wissen wir heute überhaupt an die Arbeit? Ja. Um 10. Also wird das alles schon wieder hier sehr eng. Na ja, wenn ich die meine auf der.. ..OBOLD. Und so Sachen erledigen. So. ich möchte das mit erdbeer ich hätte doch irgendwas mit erdbeer gelesen ersatz zur nahrung ok auf an die arbeit es lädt alles noch und es ist wieder kein schwein da wie soll ich denn arbeitskollegen kennenlernen wenn jemand arbeitet ne du spielst jetzt nichts dann gibt es ja nicht ein computer wenigstens auch nicht ne warte mal wir gehen dann erstmal duschen da kommt jemand er rennt vorbei er rennt vorbei dann muss man was essen ne dosensuppe was denn jetzt ach so siehst die rutsche runtergerutsch oh manchmal ist das einferdig ja da kann ich wohl leider nicht hin so da haben wir schon mal bessere laune das ist doch schon mal cool jetzt können wir mal gucken ob man hier noch irgendwas heile machen müssen hier wird es mal zweit ähm 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 wer auch immer dieses haus gebaut hat irgendwie ist es sehr umständlich sehr sehr umständlich so wir wollen jetzt zum feuer kleiner hausfront jetzt bist du auf einmal da ist ein witz ne ich verstehe wer will ey er brennt doch gar nichts wir gucken uns erst mich lagern feuer löschen wie jetzt ich muss nur das lösen oh nein die Stereoanlage hat angefangen zu brennen geil wir haben einen Umflamm jetzt geht's her wow cool haben wir jetzt ein Dinges na gut das war's auf nach hause äh nach hause ist gut auf an die Arbeit so ist denn jetzt hier vielleicht die die jetzt eben hier war wieder da oder ist die jetzt wieder gegangen und hat uns nochmal angeschrien und hier ist er ja würde ich sagen in der nächsten aufnahme probieren wir mein gespräch mit ihr anzufangen also macht's gut bis zum nächsten mal tschüss bis zum nächsten mal tschüss die